Meine Damen und Herren, zu den Nazi-Nachrichten hier bei Antifa TV. Wir schalten live nach Berlin, da sehen Sie bereits Alexander Gauland. Wir sind Nazis, das ist ziemlich klar. Wir sind zutiefst undemokratisch und undemokratisch. Nazi-Schlampe, 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 Nazi-Schlampe. Raus! Nazi-Schlampe, Nazi-Schlampe, Nazi-Schlampe. Dein kleiner Kopf aus Holz ist vollgestopft mit Holz im Stolz. Und wenn Probleme zubehüllt, denn es mit Scheiße aufgefüllt. Und sonst stehst du da, gibt's nicht als 500 und fahrt so viel zum Thema. Dein Psychobstnachschlänge gefahren in deiner frühen Kindheit an. Die Eltern hab' dich sehr geliebt. Dass vor die Hand die saufen. Und so kamst du dann vom rechten Weg in den rechten Band. Alle Rettungsrufe kommen nicht mehr an. Hey, du kleine Blonde, Nazi-Schlampe. Hältst du dein Pinball nicht dabei? Ich will dich mit dir tanzen. Foto wäre schön. Ich will dich fallen sehen. Lass uns halt aufstehen. Schmeck dir das Asing. Zu den Chaos-Tagen gehen. Und du lässt deinen Arm stehen. Über 10 Wagen gehen. Mit Eisen-Kentig. Dein Freund ein Fascho à la carte. Mit Schulabbruch sehr kurz für ein. Für ihn ist Bildung ein Trendwort. Und was fängt, ist muss ganz klar vor. Und so fielst du dann. Du am richten Weg in den rechten Band. Alle Rettungsrufe kommen nicht mehr an. Hey, du kleine Blonde, Nazi-Schlampe. Hältst du dein Pinball nicht dabei? Würde ich mit dir tanzen. Foto wäre schön. Ich will dich fallen sehen. Lass uns halt aufstehen. Schmeck dir das Asing. Zu den Chaos-Tagen gehen. Und du lässt deinen Arm stehen. Über 10 Wagen gehen. Mit Eisen-Kentig. Nazi-Schlampen, 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 Nazi-Schlampen AfD, das heißt Alternative für Nazis Ich bin Nazi Fuck, fuck, fuck AfD